Hallo liebe Freunde auf YouTube, ich bin's euer Odo und ich bin zurück mit meinem Let's Play Pathfinder Kingmaker. Letztes Mal haben wir uns den Bolt Hilltop zum ersten Mal angeschaut. Was ist das? Wo kommt der her? Was gerade der war nicht in der Kiste, was ist das auch nicht anders hinz? Machen wir wieder, das ist jetzt runter oder? Ich weiß gar nicht, was wir zuerst treffen. Wir treffen zwei, die wirklich gut sind. Und ein Archemist und ein Ranger. Ja. Was ist das hier? Hallo? So. Gekleimt, oder? Haben wir das jetzt gekleimt? Was ist das? Mhm. Ja. Gekleimt, oder? Ja. Jetzt haben wir noch einen Hernal. was wir alles machen müssen. Das haben wir gelöst. Das haben wir gelöst. Das ist die jetzige Aufgabe. Na, mal, tschüss. Mhm, 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 das glaube ich auch in den Nile-Matches. Ah ja, das ist auch in den Nile-Matches, also such es in Passo schon. Hm, übrigens sollte man dann den Harry mitnehmen, wenn er da drin ging. Mhm, 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 mhm. Resolve 10 Events. Na gut, das passiert nicht von alleine. Hm, mhm. Ich denke schon, Curse. Curse. Okay. Jetzt finden wir noch was. Hm. Wir brauchen einen Treasurer. Na gut. Oh, Bocken. Ja, das ist da oben. Aber ich gehe hin. Hm. 5 Regions, jetzt haben wir eine Mal. Increase the ranks of Barony stats 5 times. Okay, einmal haben wir es schon gemacht. Passt, wenn wir weiter rauf gehen, dann könnten wir da vorbeigehen. Da vorbeigehen. All das ist natürlich durchaus wichtig, weil das bringt uns Punkte. Die wir möglicherweise für irgendwas brauchen. Okay, das war vielleicht ein Fehler. Ja, fighten wir doch glatt. Noch irgendwie irgendwo rumrennen. Echte dumme Kobolde. Echte dumme Kobolde. Echte dumme Kobolde. Echte. Echte dumme Kobolde. Jetzt zahlt es nicht einmal aus, hier zu plündern. Ich glaube, nur einfach rausgehen. Jetzt kann man hier auch alles aufsäumen. Das ist okay. Und jetzt. Und jetzt. Und jetzt. Mhm. Ja, da können wir auch noch ein Plus. Oh, wo sind Kingdoms Sachen? Ach gut. Oh, da ist dieses Dorf, das wir gebaut haben. Hm, ausgerutsch. Hm, wir kommen gleich rein. Schauen wir uns gleich einmal an, was das kann. Wir haben einen Moment der Rest. Mhm. Gas. Find ich gut. Citizen, Citizen. 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 Trader. Hm, normalerweise gibt es in jeder dieser Städte zumindest ein oder zwei. Interessante Leute. Citizen, Citizen. Ja, bist du? Auch nur ein Citizen. Vielleicht gibt es aber auch keine interessanten Leute. Citizen, Citizen. Citizen Priest. Ja, der ist aber glaube ich auch nicht interessant. Mhm. Er ist einfach nur ein Priester. Das ist eine andere Art von Händler. Echt? Da gibt es gar nichts. Was für ein Flop. Hm. Vielleicht kommt der Bocken dann daher. Vielleicht kommt der Bocken dann daher. Hm. Mhm. Wir nehmen das. Hm, ich glaube mal ein Lager. Ich bin froh, dass du ein Flop. Ich bin froh. Ich bin froh. Du bist sehr stark. Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich glaube, dass meine Begründer mich zu werden, wie sie waren. Also, ich mache das Gegenteil. Mhm. Okay. Da ist das da oben. Das geben wir auch. Yay. Auf zu bocken. Hm. Noch ist unser Reicher recht kurz. Wir können also in ein, zwei Tagen quasi von einem Ende zum anderen reisen. Hallo? Geht's aufs der Ei mit? Gibt's ja wohl nicht. Bocken. Oh Gott, Erkmiss. Hm. Ich war nicht kein zu dir. Ja klar. Ja klar. Das war's. Mehr haben wir nicht gebraucht. Mhm. Okay. Dafür sind wir da rauf. Na super. Naja. Wir sind nicht deswegen da rauf. Ich habe mehr Gründe. Wir wollten diese ganzen Gebiete für uns ... ... annektieren. Mhm. Hm. Die war doch klar mit. Was? Nein. Das war ein Fehler. Ach Gott. Ich denke, du bist so ein Koffer. Ich habe das ganze Zeug aus der Kiste wieder rausgenommen. Was ist das? Endless Planes. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Was die da wollen. In unserer Hauptstadt. Hey. Triumph. Plus 2, plus 5. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Herr Specht. Das heißt, du kannst dich um die Bandits Outrage kümmern. Das ist dann plus 7. Und 14. Wie oft kriegen wir solche Crisis Points, frage ich mich. Dann kriegen wir jede Woche einen. Plus 5 nehmen, aber plus 12. Dann kriegen wir es eher. Ja. So haben wir noch immer eine relativ gute Chance. Aber ja. Wir heben uns diese Crisis Points auf. Wer weiß, wozu wir es noch brauchen werden. Mhm. Schauen wir uns mal diese Gebiete da an. Da sind wir in den Outskirts. Echt jetzt? Schon wieder? Du musst ständig schlafen. Helfen sind solche Weicheier. Okay. Das sind tote Kobolde, oder? Ist das richtig? Hm. Toter Rock, oder? Rare Roots und Kohl. Die Wand of Grease. Der Skimitar könnte... Achso, wir haben den Typen ja gar nicht mit. Klug von uns. Er könnte gut für einen Magus sein. Ich glaube nicht, dass der einen Plus 1 Skimitar schon hat. Okay. 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 Manticore. Wissen wir was über Manticore? Offensichtlich nicht. Manticore. Doch. Lawful Evil. Könnte unser Freund werden. Er hat 60 Hit Points. Wir haben einen Wirkhaus. 50. Okay. Was noch? Und Level 6 Magical Beast. Und Level 6 Magical Beast. Okay. 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 mit Charge möglich. Mhm. 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 Ja, machen wir das. Und das. Du machst ein Bless auf uns alle. Du machst... Ah. Magic ist alles einfach auf das Ding. Okay. Das war's schon. Ja, das war wirklich keine großartige Challenge. Yay. Manticore Holds. Hm. Ein Strength Belt oder so irgendwas. Was war das? Belt of Incredible Dexterity plus 2. Na schon. Hm. Nicht schlecht. Gute Frage. Was ist das? Petrified Eggs. Gute Frage. Was ist das? Mehr Kohle. Whimsical Berry. Okay. Bin mir nicht sicher, ob ich mich erinnern könnte, dass ich da gewesen wäre. In meinem ersten Spiel. Okay, da geht's raus. Nein. Mehr gibt's hier nicht. Schaut fast so aus. Mhm. Ja, ja. Ich weiß. Ja, okay. Wir rasten ja eh schon. Gib zum Frieden. Mhm. 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 Sie ist sehr straightforward, die gute. Ah, okay. Essen hat geklappt. Mhm. 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 Two Rivers Fields. Gehen wir auch rein. Schauen wir uns auch an. Ja, okay. Ja. 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 Was war's? Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Er wollte nichts. Gut. Und was? Das da. Geld. Was ist das? Ein Topaz Ring. Da ist ein Wolf. Kann man zu dem Rob drüber von hier? Ich glaube nicht. Welche Hörnchen? Ja, war gut. Gut. Okay. Tun Sie das? Oh, ein Wolf, der einen anderen Wolf auf ist. Echt? Das war's schon? Yay. Oh, noch eine Trap. Mhm. Done and done. Done and done. Ich sehe etwas. Oh, schau. Jetzt mach mal das. Mhm. Und noch ein paar XP. Komm. Nein, deswegen müssen wir sich mitnehmen. Nein, deswegen müssen wir sich mitnehmen. Ähm. Short Spear. Na Gott. Uuuuh. Ei und Käse. Das war jetzt. Ähm. Das war mal ein Lager. So muss ein Lager ausschauen. Freunde, nicht so wie wir es immer machen. Okay. Das sind nur Wölfe. Die halten jetzt nicht allzu viel aus. Okay. Sag ich's nicht. Das sind nur ein Lager. Ich kann mich als zufrieden. Ach, das sind nur ein Lager. Saren Ray, sei dankbar zu ihnen, denn ich bin nicht. Ah, nein, das war nicht irgendjemand, das war... Okay... Oh, hier ist noch irgendein Viech gestorben. Ah, sie kämpfen gegeneinander, die Bogarts und diese Dinge. Und die Wölfe. Tja, das dazu. Okay... Ich glaube, wir haben alles gesehen hier. Okay... Let's move on. Okay... Mhm... Uh... Den kann ich auch noch claimen. Military plus 2. Machen wir doch klar. Das Bahnhof da drüben. Da ist die Brücke, die wir nicht crossen können. Haben wir das schon geclaimt? Available for claiming. Ach... Geh doch bitte da rüber. Ah... Na okay, kämpfen wir halt. Goplinz. Das lassen wir sie einfach einfach so kämpfen. Mit dieser Gegend ist es jetzt nicht so... Dass die Leute so stark sind. Nein... Ja... Ach... Ist das wirklich... So... Wir kommen hier raus. Wir nehmen das mit. Wir rißen. Mhm... 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 Geht's ruhig weiter. Du bist schon wieder müde. Wie weit ist es noch von zu Hause? Können wir einen Moment der Rest? Ja, ja. Vielleicht. Irgendwann sicher. Wieso sind wir so rum gegangen und nicht so rum? Ich kann mir nicht vorstellen, dass das kürzer war. Das Gute ist... Durch das, dass wir die Schärfe dabei haben, brauchen wir nie Pause machen. Weil immer zumindest einer noch okay drauf ist. Hm... Hm... Ja, wir schlafen nachher eh. Okay... Zuerst machen wir das. Und dann machen wir wieder Schluss für heute. Ähm... In den weiteren Events. Keine... ... 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